Du willst dir deine eigene Meinung bilden? Dann bist du hier bei Modern Value Investing genau richtig. Abonniere jetzt den Kanal, denn nur wir werden dich mit regelmäßigen Unternehmens- und Chartanalysen sowie Updates aktiv unterstützen. Am Tag der Veröffentlichung der Unternehmensanalyse kommt am selben Abend die passende Chartanalyse von Marcel. Schau gern einmal auf unserer Homepage www.modernvalueinvesting.de vorbei und werde Mitglied in unserer Facebook-Gruppe. Weitere Informationen findest du in der Infobox. Beachte bitte, dass wir trotz intensiver Recherche nicht für die Richtigkeit der Informationen und Aussagen haften oder garantieren können. Schau dir dazu auch noch den Disclaimer in der Infobox an. Hi, ich bin Philipp. Willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß, manche von euch spielen Lotto, andere wiederum sind auf der Webseite von uns unterwegs und werden festgestellt haben, dass der Peter bei uns eine Analyse geschrieben hat zu Games Workshop und genau dieses Unternehmen werden wir uns jetzt angucken. Aber ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch auch den Artikel von Peter an, weil da sind noch viel mehr Sachen drauf, als wir hier sie jetzt im Video besprechen. Wir werden vorgehen. Wir schauen uns an das Geschäftsmodell, die Fakten, die News, die verschiedenen Strukturen. Wir betrachten dann natürlich die Peergroup und die Segmente, in denen Games Workshop tätig ist. Verteilen die Umsätze innerhalb der Region und natürlich auch in den Segmenten, kommen dann zu wichtigen Kennzahlen und den Aussichten. Nach den Aussichten geht es weiter mit Peter Lynch, dem Levermann und dem Petrovski F-Score, sowie natürlich der Checkliste und meiner Meinung und dem Fazit zum Unternehmen. Fangen wir direkt an mit dem Geschäftsmodell. Die Games Workshop Group PLC ist ein Spielwarenhersteller aus Großbritannien mit dem Hauptsitz in Nottingham. Was sind die Fakten? Das Unternehmen wurde 1975 gegründet, hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 1,5 Milliarden britischen Pfund. Wie viele Mitarbeiter es hat, wissen wir nicht ganz genau. Und es hat im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 257 Millionen britischen Pfund erwirtschaftet. Schauen wir uns die News an und da sehen wir am 25.04. ging das Unternehmen Ex-Dividende für die Schlussdividende und am 2. Juni wurden die Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2019 bekannt gegeben. Manch einer mag sich wundern, weil wir natürlich noch im Jahr 2019 sind, aber es kann natürlich auch sein, wie es zum Beispiel hier bei diesem Unternehmen der Fall ist, dass ein Unternehmen schon vorzeitig das Geschäftsjahr beendet. Und am 08.08. ging das Unternehmen wieder Ex-Dividende für die Zwischendividende. Schauen wir uns die verschiedenen Strukturen an. Hier betrachten wir Aktien-Chart-Dividenden und natürlich auch die Aktienrückkaufsstruktur. Bei der Aktionärsstruktur sehen wir, wir haben starke, große Investoren dabei, wie zum Beispiel Investec, Schroeder, JP Morgan, aber dann natürlich auch keine großen, wie jetzt zum Beispiel Fidelity oder BlackRock. Dafür haben wir hier noch ein zu kleines Cap, also eine Marktkapitalisierung ist es für die ganz Großen. Na gut, Morgan Stanley ist auch dabei, aber noch nicht wirklich interessant. Schauen wir uns den Chart an. Ein Investment vor 5 Jahren hätte uns eine Rendite gebracht von 552,8%. Sprich, hättest du vor 5 Jahren 1.000 Euro investiert, wären aus diesen 1.000 Euro 6.528 Euro geworden. Dazu gibt es noch eine Dividende von 125 Pens pro Jahr, also hat man für das Geschäftsjahr aktuell bezahlt. Sie wird viermal pro Jahr ausgeschüttet und die Ausschüttungsquote liegt bei 62%. Aktienrückkäufe gibt es nicht. Schauen wir uns die Gesamtkapitalrendite an. Sie beläuft sich auf 51,49%. Als Peergroup hat Peter genommen Mattel, Hasbro, Bandai und Jumbo. Ein Durchschnitt haben wir hier von 15% und Games Workshop ist mit 343% der Gesamtkapitalrendite der Peergroup bewertet. Also das ist schon eine sehr starke Kapitalrendite. Schauen wir uns die Segmente an, in denen Games Workshop tätig ist. Games Workshop berichtet in drei Segmenten. Trade, also dem Handel, Retail, dem Großhandel und Online, dem Online-Geschäft. Jetzt interessiert uns natürlich, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Und da sehen wir, knapp 40% der Umsätze macht man in Großbritannien und Europa, Nordamerika 31,5%, Australien 5,2%, Asien 3,2%, sonstige 1,5%. Was black ist, erfahrt ihr bei Peter auch in der Analyse im Artikel. Und online macht 18,5% der Umsätze aus. Jetzt kommen wir zu wichtigen Kennzahlen und hier betrachten wir die operative Marge, den Free Cashflow, den Buchwert, die Zinslast, die Dividenden und das KGV und natürlich auch die Aktienanzahl. Bei der operativen Marge sehen wir im Jahr 2015 hatten wir ein Low von 13,4% und im Jahr 2018 ein High von 34,1%. Das operative Ergebnis hat sich sehr positiv entwickelt. Von 2012 von 19 Millionen britischen Pfund bis auf 81 Millionen britische Pfund im Jahr 2019. Der Umsatz ging hoch von 131 Millionen britischen Pfund auf 257 Millionen britischen Pfund. Die durchschnittliche operative Marge liegt bei 20,2%, aber sie schwankt dennoch um 60%. Der Free Cashflow und da sehen wir auch hier durchschnittlich haben wir 26 Millionen britische Pfund. Als Free Cashflow im Jahr 2019 war es aber schon fast das Doppelte mit 50 Millionen britischen Pfund. Der Buchwert, hier sehen wir auch durchschnittlich haben wir 64,25 Millionen britische Pfund als Buchwert. Im Jahr 2019 waren es schon 106 Millionen britische Pfund. Bei der Dividende und dem KGV sehen wir folgendes. Durchschnittliche Dividende 70 Pens im Jahr 2019 schon 155. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote ist relativ hoch bei 91,34% und das durchschnittliche KGV liegt bei 15,38. Jetzt kommen wir zu den Zinsaufwendungen und eigentlich auch zu der Aktienanzahl, aber Verschuldungsgrad. Das Unternehmen hat keine langfristigen Schulden und keine wirkliche Zinslast. Bei den ausstehenden Aktien sieht es wie folgt aus. Im Durchschnitt haben wir 32,785 Millionen Aktien draußen und es werden nicht wirklich mehr und auch nicht wirklich weniger Aktien. Im Vergleich sehen wir folgendes. Die operative Marge ist aktuell 56% über dem Schnitt. Der Free Cashflow ist 92% über dem Schnitt. Der Buchwert ist 65% über dem Schnitt. Das KGV erwartet für nächstes Jahr 28% über dem Schnitt und die Dividende ist 121% über dem Schnitt. Kommen wir zu den Aussichten. Analysten rechnen mit steigendem Umsatz, steigendem EBIT, steigendem Gewinn je Aktie und auch steigender Dividende je Aktie. Zwischen 2017 und 2021 soll der Gewinn je Aktie im Jahr umschnitt um sagenhafte 24,57% zulegen und die Dividende, so geht man aus, wird jedes Jahr um knapp 16% zulegen. Was würde Peter Lynch sagen? Ihr ahnt es. Wir haben hier einen Fastgrower. Das heißt, wir haben ein starkes Gewinnwachstum plus eine geringe Dividende. Er würde empfehlen Buy and Hold. Somit kommen wir jetzt auch direkt zum Levermann-Score und da kann ich wieder nur sagen, haben wir einen Small, Mid oder Large Cap? Wir haben jetzt einen Small Cap. Dazu gibt es eine Eigenkapitalrendite von 66,7%, 1 Punkt. Die EBIT-Marge 31,7%, 1 Punkt. Eigenkapitalquote 77,4%, 1 Punkt. Das KGV der letzten drei plus das erwartete KGV der nächsten zwei Jahre, 22,5, minus 1 Punkt. KGV für das aktuelle Jahr 14,7, 0 Punkte. Analysten raten mehrheitlich zum Kauf, minus 1 Punkt. Reaktion auf die Quartalzahlen, 3% ging es nach unten, minus 1 Punkt. Eine Gewinnrevision gab es aber nicht. Dazu gibt es einen Kursfall auf der letzten sechs Monate von 41,8%, 1 Punkt. Kursfall auf der letzten zwölf Monate, 34,2%, 1 Punkt. Eine Trendumkehr haben wir nicht, 0 Punkte. Verglichen mit dem Index, wir haben keinen wirklichen Index, in dem das Unternehmen gelistet ist, 0 Punkte. Das Gewinnwachstum fürs nächste Jahr, rechnet man 5%, 0 Punkte. Summa summarum macht das 2 Punkte, was bedeuten würde, bei einem Small Cap verkaufen. Schauen wir uns den Petrovski F-Score an. Er betrachtet die Profitabilität, die Finanzierung und natürlich auch die operative Effizienz von Games Workshop. Punkt Nummer 1, haben wir einen positiven Jahresüberschuss? Ja, das haben wir einen Punkt. Haben wir einen positiven Cashflow? Ja, das haben wir auch einen Punkt. Ist die Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr? Nein, ist sie nicht, 0 Punkte. Ist der Cashflow größer als der Jahresüberschuss? Ja, das ist der 1 Punkt. Ist der Verschuldungsgrad gegenüber dem Vorjahr verringert worden? Ja, das ist der 1 Punkt. Ist die Liquidität dritten Grades höher als im Vorjahr? Ja, das ist sie, 1 Punkt. Punkt, ist die Anzahl der Aktien nicht höher als im Vorjahr? Nein, ist sie nicht, 0 Punkte. Punkt Nummer 8, ist die Rohmarsch höher als im Vorjahr? Nein, ist sie nicht, 0 Punkte. Punkt Nummer 9, ist der Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? Nein, ist sie nicht, 0 Punkte. Summa summarum 5 von 9 möglichen Punkten. Jetzt kommen wir zur Checkliste. Und da sehen wir Punkt Nummer 1, haben wir ein verständliches Geschäftsmodell? Ja, wir produzieren Spielwaren, aber natürlich auch sehr speziell. Vermutlich jeder Gamer kennt Warhammer. Das kommt auch hier mit von Games Workshop. Weiter geht's. Glaube ich, dass das Unternehmen in den 15 Jahren, die jetzt kommen, erfolgreicher sein wird als jetzt? Ja, ich denke, wir haben hier einen Wachstumsmarkt. Die Leute wollen auch weg von solchen Online-Games und wollen auch zum Beispiel auch lieber wirklich diese Tabletop-Games auch mal spielen. Und ich glaube, wenn man da einmal drin ist, gibt es schon einen ziemlich hohen Burggraben. Und wenn man vermutlich auch durch die ganzen Spiele durchgestiegen ist, dann schafft man es, seine Kunden lange an sich zu binden. Punkt Nummer 3, kenne ich die Segmente, in denen das Unternehmen Geld verdient? Ja, das kennen wir. Und hier gibt es auch Schulnote 2. Erzielt das Unternehmen Umsätze und Gewinne in den Regionen und Währungen, in denen ich investiert sein möchte? Nein, ich habe nur Schulnote 3 gegeben, weil mir fehlt hier der Asienanteil. Nach Peter Lynch haben wir einen Fastgrower und das bedeutet Buy and Hold. Jetzt kommen wir zur Checkliste für Fastgrower. Punkt Nummer 1 ist das Wachstum plus die Dividende in Prozent, aktuell höher als 7%. Ja, das ist die 28%. Schulnote 1. Natürlich haben wir hier, der Kurs wird durch die Fantasie gemacht bei einem Fastgrower. Ja, das Wachstum könnte hier auch wirklich mal abflachen langfristig gesehen. Das habe ich verstanden, das muss man auch im Blick behalten. Dann, ob ich es kaufen würde? Ja, vermutlich als Beimischung für ein großes Depot, finde ich das ziemlich interessant. Deswegen Schulnote 2. Hausaufgabe wäre jetzt natürlich, behalte das Wachstum im Blick, damit sich die Fantasie auch wirklich verwirklicht. Und wir haben einen Notendurchschnitt von 2,0 und wir haben eine sehr solide 2. So, was ist meine Meinung? Was könnte dafür sprechen? Einmal das starke Wachstum und wir haben hier wirklich einen Nischenplayer. Was könnte dagegen sprechen? Der Levermann-Score aktuell, 2 Punkte. Was bedeuten würde, verkaufen? Und der Petrovski-Score nur 5 von 9 möglichen Punkten. Jetzt möchte ich dir wirklich mal Peters Artikel noch ans Herz legen. Wenn du unten in der Infobox schaust, wird dir auch der Link zu seinem Artikel angezeigt. Warum? Er macht noch eine SWOT-Analyse. Er berechnet das faire KGV. Und er macht eine Gewinn- und Dividendendiskontierung. Und er zieht auch nochmal sein persönliches Fazit, weil er hat das Unternehmen entdeckt. Er hat die Analyse erstellt. Er ist da tief rein. Deswegen, schau dir diesen Artikel nochmal an und lies es dir durch, sollten wir dein Interesse für Games Workshop geweckt haben. Jetzt interessiert uns natürlich deine Meinung. Schreib uns doch mal in die Kommentare. Hast du das Unternehmen im Depot? Lohnt sich für dich eine weitere Betrachtung? Du kannst dir natürlich auch die Chartanalyse von Marcel angucken. Sollte es ein Update geben, wirst du es jetzt auch schon angezeigt bekommen. Oben rechts kannst du wie immer abstimmen, ob das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt für dich einkauft ist. Und unten rechts kannst du kostenlos den Kanal abonnieren. Denk immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer und irgendwo einen Wohlenmarkt. Wir werden versuchen, diesen zu finden und natürlich auch dann in diesen zu investieren. Also bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.